Und da sind wir weiter mit drinnen, was wollen wir jetzt eigentlich machen, der ist tot, der ist beinahe tot und die anderen, naja, nicht der großen Redewert. Level 10 gegen Level 10, halb voll gegen voll, toll. Na, 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 komm, nicht verwirrend, nicht verwirrend, Menschenskinder, warum immer ich? Level 10, halb voll, toll. Loh, ich bin weggeran, was soll der scheiß? Jetzt komme ich nicht mehr aus der Tür, oder was? Mann! Ja, genau. Asynchron. Und dann hier am Ende wieder sonst vorhin und hänge in der Wand fest. Ach, nö. Ich will ins Pogestand rein und nicht raus direkt. So. Nee, falsch. Falsch ausgewählt, schweigertabend. Ähm, mhm, 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 vier. So. Fleckmord entwickelt sich bei 36, 37. Okay, das mache ich später. Jetzt mache ich jetzt mal die Einfachungsviecher. Sarzenier-Krieg, könnte ich auch machen. Okay. Snowbillicat? Hm, ne. Snowbillicat ist mal aus. Mache ich mir noch ein Vibor. So. So. Ja genau, so richtig wenig abziehend ey. Ja genau, so richtig abgehend. Ja genau, so richtig abgehend. Sooo... mal so teckel koste Level 9, okay, passt. Oh, geil, Kokona, yay. Hä, lol. So schnell kann eine Weiterentwicklung auch gehen. So, Kokona war Level 12, glaub ich. Ach, Quatsch, Spreebuch, so. Ich kann Kokona eigentlich laufen, das freu ich mich jetzt grad irgendwie. Lol. So, na komm. Ja, 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 okay. Hut, hut. Um, Tickle. Na, genau, es greift sich selbst an. Tickle zieht sich auch noch mal ab. So, na komm. Warte, noch ein Tickle. Na genau, einschläfern, sag mal. Die Attacken müssten sich rausnehmen, dann wäre echt mal was. Die Attacken müssten sich rausnehmen, dann wäre es ein Tickle. So, naja, ja, 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 ja. Toll, das war ja sehr wenig, ey. Toll, das war ja sehr wenig, ey. So, naja, ja, 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 ja. Potion Wenn es weiter geht, dann kriege ich, glaube ich, gut aufhören, wo du gehst. Nein! Ach Gott, ich wurde ja gar nicht amok. Mein Gott. Ich bin aufhören. Ich bin aufhören. Ich bin aufhören. Ich bin aufhören. So, dann gibt es schon mal eine Verwirrung. Das Meer angreifen, das ist nicht gut. So. So, komm noch ein Dicke. Ich bin aufhören. So. So. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Oh, wieder ab. Oh, wieder ab. Na jetzt keine Attacken, kann das geil. Aber das kann ja jetzt dauern. Gibt aber fett Level drauf, ey. So, ich bin aufhören. So. 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 So, bollita, das ist so gut. 5.000 Fangspunkte, lol 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 8.000 Fangspunkte, lol 6.000 Fangspunkte 11.000 Fangspunkte, lol Weiterentwicklung von Abrad, glaube ich. Kadabra steht bei mir da. Ich habe gerade mein Level 9 Kakuna und mein Level 4 Sandama weiter trainiert. Ja. Alter, ich habe es weiterentwickelt. Ich habe es jetzt ein bisschen Bibo entwickelt und das Vieh hat so viele Erfahrungspunkte gekriegt wie kein anderer. Gegen Level 25er hat es gewonnen. Dit ist episch. Jetzt hat es so genau das Minus ausgeglichen zum Kotz. Es hat aber fettes Minus gehabt anscheinend, dass es das sogar noch ausgeglichen hat. So, da habe ich selbst gleich noch die Weiterentwicklung und das gefällt mir, da könnte ich das nur auf 1 legen. Weil ich mache jetzt ein paar Weiterentwicklungen, dass ich die auch schon mal ein bisschen habe. Was, Sonnenkernen? Das zieht ja meine Attacke mehr, aber ist die von 25, ey? Au. Das zieht ab. Ach, das zieht mir Energie ab, Mistvieh, ey. Da kriegst du halt eine B-Wort-Attacke, Mistvieh. So, Fury Attack. Na komm. Eins. Zwei. Drei. Aber wieso eine Dreier-Serie, ne? Komm, mach mal. Eins. Zwei. Drei. Ey, immer nur Dreier. Dreier. So, eins. Zwei. Drei. Wieder ein Dreier. Da muss ich halt gerne Dreier. Eins. Zwei. Drei. Das lustige ist, ein Level-Elfer gewinnt gegen Level-25er, ne? Weil diese Sonnenkern kann überhaupt nichts. Ach, scheiße, meine Attacke ging schief, verdammt. Aber ich habe jetzt 3.500 Erfahrungsmute draufgegürt. Oh neöööö, Blutzuck. Was sagen wir da mal, Level 8? Wie war Level 12? Das Ding hat immer noch sehr viele Erfahrungspunkte. Immerhin. Ich wechsle mal zu dem Wechsel jetzt wieder zurück Na komm Was heißt denn please wait? Wollt ihr mich verarschen? Ja das ist erstens das Und zweitens konnte mein Vieh nicht immer wechseln Ups Oh gut Blutzucklevel Level 11 Ne 10 Level 26 Das ist bisschen böse Besonders weil die Attacken unterschiedlich sind Kriegt es halt eine Elektroballattacke ab Paras Level 34 Naja Wäre ja was für die anderen Viecher gewesen Aber leider bringt mir das gerade gar nichts Ich bin paralysiert aber wollte ich mich verarsche Van der Bansch kriegst du jetzt auf die Gusch So jetzt hat es mir echt meine Energie abgezogen oder was? Okay kriegst du es mit dem Arbok Zudrung Dem Arbok Ein bisschen weg warst du fast Na komm So 8000 Konfusion Was soll vergessen werden? Dieser Bild Kacataka So Zudrung Zudrung Zudrung